Jenny Cooper, ich bin der Coroner. Wer ist tot? Wir haben drei Opfer identifiziert. Sie waren da. Sie durchleben ihr Trauma. Das ist gut. Nein. Nein, Jenny, nein. Was wissen Sie noch über den Tod Ihrer Schwester? Donovan! Jenny! Jenny, sehen Sie sich das an. Das ist nicht normal. Womöglich können wir Robbie nicht finden, weil man ihn... Entführt hat. Nein! Aufhören! Es sind nicht nur die Ängste, die mir Sorgen bereiten. Sind Sie wieder geschlafhandelt? Was ist denn los mit dir? Corona. Fachgebiet Mord. Auf 13th Street.